Herzlich willkommen aus der Kochwerkstatt. Gastro neu erleben, das ist unser Ziel und wir möchten euch inspirieren. Ganz konkret geht es dabei um klassische Gerichte, die man anders mit modernen zeitgemäßen Trends neu interpretieren kann. Hinter mir in der Kochwerkstatt geht es schon heiß her, die Vorbereitungen laufen und sie laufen für das, was jetzt vor der Tür steht. Es ist der Sommer. Drei Trends haben wir uns für euch rausgepickt. Das ist Barbecue, ein absoluter Klassiker, frische Vielfalt aus dem Meer und levante sowie vegetarische Küche und sieht richtig lecker aus. Woraus habt ihr denn den Patty gemacht? Also in erster Linie freut mich, dass dir der Patty schon gefällt und den haben wir aus Kustos gemacht und damit er richtig saftig lecker aussieht, mit einem Barbecue-Lack überzogen. Barbecue-Lack, erklär uns das. Das ist eigentlich nur eingekochte Barbecue-Soße, ein bisschen abgewürzt und dann drüber gestrichen. Wie vielfältig die levante und vegetarische Küche isst, seht ihr auch an den beiden anderen Rezepten. Das Urlaubsflair eurer Gäste auch auf euren Tellern zu präsentieren ist sicherlich auch einer der Trends des Sommers. Das geht am besten mit frischer Vielfalt aus dem Wasser. Süßwasser, Salzwasser oder Weichtiere. Deshalb die Frage, in welchem Saft, in welchem Wasser fühlt sich denn dieser Oktopus am wohlsten? Also ich finde im eigenen Saft. Ich mache das immer so, dass ich von allen Seiten das Tier anbrate. Ein bisschen Gemüse dazu, also Lauch, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, gewürzt ein bisschen mit Pfeffer und Thymian und Rosmarin. Kein Salz, Salz ist genug dran und dann wird einfach nur noch mit Weißwein abgelöscht und dann ungefähr anderthalb Stunden bis zwei Stunden gegart und dann ist das super lecker. Ein Zubereitungsvideo zum Oktopus findet ihr auch auf der Kochwerkstatt Homepage, genauso wie zum portugiesischen Fischeintopf. Der mit Abstand beliebteste Trend des Sommers ist nach wie vor das Barbecue und wenn wir in der Kochwerkstatt den Anspruch haben, neue Techniken aufzuzeigen, die effiziente neue Prozesse auch in der Küche erlauben, dann sprechen wir heute nicht von Barbecue Outdoor, sondern vom Barbecue Indoor. Was versteckt sich dahinter? Ganz einfach, wir haben so coole Kombidämpfer, Kombigeräte in der Küche, mit der wir unser Fleisch super vorproduzieren können, andämpfen und mit hoher Hitze, Barbecue-like, nachher fertig kann. Wie ihr das genau umgesetzt habt, das schauen wir uns jetzt im Video an. Ciao, dazu. Ciao, ciao. 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 Alle aktuellen und auch früheren Rezepte findet ihr auf der Homepage metro.de slash Kochwerk statt und während hier im Hintergrund schon für die nächsten Inspirationen Herbst und Winter vorbereitet wird, wünschen wir euch erstmal einen grandios gastronomischen Sommer.